Hey Leute, herzlich willkommen und da bin ich von den 2 Epic Buddies und heute gibt es mal wieder ein Pack-Opening seit langem Video und ich würde sagen, ich starte einfach mal mit den drei Packs und bekomme hoffentlich was. Ja, was geiles. Elite-Waffen. Let's do this. Ja, ne. Fall 27. Ah, ja. Ne Tuck 19. Ich will ne Elite-Waffe, dein Ernst. Bitte. Kommt, was Gutes. Da wenigstens. Oh, ne Elite-EMR. Die ist, glaube ich, gebufft worden. Die ist jetzt besser. Sieht nicht mehr so schlecht aus von der Tusk Elite. Ja, die ist krass. Ich würde sagen, die ist nicht schlecht und wir sehen uns dann bei den nächsten drei Packs. Das finde ich. Genau. So Leute, weiter geht's mit dem Pack-Opening. Ich habe jetzt wieder vier Packs bekommen. Ich wollte euch nur kurz zeigen, ich habe eigentlich noch keine vernünftigen Waffen auf der Xbox bekommen, was mir aufgefallen ist. Und ich habe hemmlich auf dem PC im Pack geöffnet und dabei habe ich die SN6 der Fjord gezogen. Das sind die richtig coole Waffe, aber leider, wie ihr seht, noch keine einzig geile Waffe auf der Xbox. Finde ich ein bisschen kacke und ich hoffe jetzt eigentlich, weil es kann eigentlich nicht mehr schlimmer werden. Ich ziehe jetzt aus den vier Packs was cooles und let's go. Gib mir was, gib mir was. Und? Hast du was? Nein. Verdient. Nein, kann nicht sein. Ey, guckt euch das an. Ich bekomme wieder was zum Anziehen und Verstärkung. Noch zwei Packs. Warum bekomme ich nichts vernünftiges? Ich pack's nicht. Okay, das Pack will gar nicht öffnen. Man guckt mir öffnet das. Jetzt geht das wieder los. Das hatte ich gestern auch beim Pack Opening. Dann hat das einfach nicht geöffnet. Also beim meisten Pack von euch jetzt gesehen. Und es kommt dieses Symbol da unten von AW, was lädt. Aber es tut nichts. Das Spiel nicht. Hallo. Pack, lass dich öffnen. Bitte. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn das Pack öffnet. So Leute, wir versuchen es jetzt nochmal. Komm, geht das Pack auf? Ja, jetzt geht's auf. Oh, bitte. Gib mir Elite. Ey, ist das denn ernst? Was mache ich mit einer verfügten MPF Toxic? Juck, einen. Komm, das Pack gib mir bitte Elite. Elite! Eine Pistole. Eine Sekundärwaffe. Warum bekomme ich nichts vernünftiges? Ich habe sogar... Hier habe ich... Ich glaube, wie viele Packs habe ich mir gekauft? 26 Packs? Juck das Spiel nicht. Ich bekomme nichts. Nicht eine vernünftige Waffe. Was ist da los? Gelitten. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns bei den nächsten Packs bei Hauben wieder. So Leute, weiter geht's mit den nächsten drei Packs. Hoffentlich ein bisschen Glück, wenn er im ersten Pack war. Was geiles dabei. Also fand er das. Ist richtig geil. Die Waffe habe ich schon probiert. Elite Hose. Was da los? 2 Snapper. Die sind nicht mehr so schlecht aus. Zumindest die Penetrator nicht. Dann auf zum nächsten Pack. Elite. Oh, Elite. MP11 Goliath. Was ist da los? Oh mein Gott. Warte, ich muss kurz was entfernen. Ähm. Nicht temporäre. Einwispere. Was mache ich weg? Machen wir... Die weg. Noch eine. Komm. Welche mache ich weg? Die da. Gott. Und jetzt als letztes Pack öffnen. Let's go. Noch eine Elite Waffe. Öffne dich. Bitte. Gut. Ich habe keinen Bock auf öffnen. Hallo. So. Ich hoffe, das öffnet sich jetzt. Oh. Jetzt geht's auf. Perfekt. Oh. Noch mal Elite. Was ist da los heute? Zwar nur ein kleines Stück, aber... Oh. Drei Liter. Vier Liter Sachen. Insgesamt schon. Oder fünf Stück. Geht vollkommen klar. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Ball bin. So Leute. Weiter geht's mit den nächsten drei Packs. Diesmal wieder auf dem PC. Mal gucken. Da ziehe ich ja gute Sachen normalerweise. Also. Gib mir was. Elite. 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 Nigerianische Panzerausrüstung. Jetzt fickt euch einmal mit diesen ganzen nigerianischen T-Shirts und blablabla. Es juckt ja keinen. Komm. Ähm. Eine Waffe. Eine vernünftige Sturmgewehr oder sowas. Ich spiele eine KF-Sölken-Ausrüstung. Ja. Mir war nicht drin in dem Pack. Bitte. Gib mir was. Ich komm. Fuck you. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns bei den nächsten drei Packs. Die haben eröffnet. So Leute. Weiter geht's mit meinen letzten vier Packs, die ich jetzt ziehen muss. Ich hoffe, ihr bekommt was Gutes wie bei den letzten sechs Packs. Also. Das war schon nicht schlecht. Also. Kann es weitergehen. Das erste. Oh. Amelie Spacer. Naja. Geht klar. Habe ich aber glaube ich es sogar schon. Nächstes Pack. Komm. Bitte. Fuck. Elite Stiefel. Was zum Teufel. Ich muss noch kurz was sauber machen. Wischbescheid. Waffenkammer. Lian und so. Dann sehen wir uns bei den nächsten zwei. So. Weiter geht's. Ich habe jetzt wieder Platz in der Waffenkammer. Und ja. Die letzten zwei jetzt. Komm. Jetzt Elite. Oh. 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 Nein. Was. Stinger Elite. WTF. Ich freue mich schon. Oh mein Gott. Jetzt habe ich auch meine Stinger Elite. Auf dem Raketenwerfer. Ey. Oh Gott. Fuck. Okay. Letzte. Bitte noch. Elite. Elite. Oh. Elite. So. Was werfe ich jetzt. Ich muss jetzt irgendwas werfen. Ich werfe. Irgendwas werfe ich jetzt. Was werfe ich. Was werfe ich. Ne Flasche mal wieder. Ups. Ne amr 9 dynamo. Zum zweiten mal das Ding habe ich sogar schon auf der Konsole und ne mk14 wieder. Ja, ich liebe dich. Irgendwann blickt dieser Scheiß-Controller da durch den Bildschirm durch, wenn das so weitergeht. Ja Leute, Like-Button am Spritzen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Und ja, bis dahin. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.